Ich bin die Michaela Ewald, bin gelernte Bürokauffrau und habe mich vor elf Jahren dazu entschieden, den ersten Valley-Salon aufzumachen. Ich bin Svenja König und bin seit dreieinhalb Jahren bei Koffer Valley in Kalmbach. Ich bin die Silke Gekle. Ich bin Nella Maric. Ich bin Nadine Kunz, bin Salonleitung hier. Ich bin die Galina Sissen. Ich bin Ewa Riete. Mich hat das Konzept schon immer begeistert, einfach dem Kunden gute Qualität zu einem günstigen Preis anzubieten. Und ich fand es toll, dass man keine Termine machen musste. Die Kunden jederzeit die Möglichkeit hatten, wenn sie gerade Lust hatten, zu sagen, ich gehe jetzt heute mal zum Friseur. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt und bin dann hier gelandet, wo ich heute bin. Und dann habe ich meinen ersten Laden hier in Kalmbach aufgemacht. Wenn die Kunden unseren Salon betreten, sollen sie einfach auch so ein bisschen vom Alltag abschalten können. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz toll, dass die Kunden sich hier auch wirklich wohlfühlen vom Ambiente her. Sich entspannt zurücklehnen können und wissen, sie gehen hier ein bisschen, ein kleines bisschen dem Alltag. Wir verwenden hier nur Markenprodukte, überwiegend Goldwell, ein bisschen was von Schwarzkopf haben wir dabei, Wella und unsere Eigenmarke Delavis. Die gibt es jetzt seit fünf Jahren circa. Und die ist auch wirklich nicht mehr wegzudenken. Also in unserem Salon müssen die Kunden keine Termine vereinbaren. Die dürfen einfach vorbeikommen. Und wenn gerade nicht viel los ist, dann kommen sie direkt dran. Unsere Mitarbeiter, die sind auch ständig oder in regelmäßigen Abständen auf Schulungen. Und somit auch immer auf dem neuesten Trend. Ich habe das Riesenglück, dass ich hier wirklich ein ganz tolles Team habe. Und die meisten Mitarbeiter wirklich seit vielen Jahren dabei sind. Einige hatten vor kurzem das zehnjährige Jubiläum hier. Also ich mag so ausgeflippte Sachen nicht so langweilig wie nur Spitzenschneider oder sonst irgendwas. Also wirklich, wenn man eine Veränderung sieht und auch ruhig mal mit Farbe oder mit Strähnen, das mache ich eigentlich ganz gern. Also ich mache gern Dauerwelle. Ich mache auch gern ältere Damen oder ältere Menschen, sage ich mal. Ja, also Dauerwelle mache ich eigentlich schon. Ich liebe meinen Beruf. Mein Beruf ist für mich Kunst. Beim Schneiden, wenn du es einfach, ich sage jetzt mal, versuchst, perfekt zu machen. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass die Kunden hier nicht abgefertigt werden, sondern die Mitarbeiter nehmen sich die Zeit. Wenn du dann später betrachtest, was du gemacht hast, wie du es geschnitten hast, die Konturen und alles. Das ist einfach, mir macht das eine Freude. Das ist für mich super. Echt toll. Die Wohlfühlatmosphäre spiegelt sich natürlich bei uns auch im Team wieder. Die Wohlfühlatmosphäre spiegelt sich natürlich bei uns auch im Team wieder.